Hallo und guten Morgen alle zusammen und willkommen zu unserem Live-Webinar. Ich bin Isabel von Central und heute wollen wir 45 Minuten zum Thema Cloud vs. On-Premise ERP sprechen. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ganz kurze Informationen vorab. Ihr benutzt gerne die Chat-Funktion zum Austausch und Vernetzen untereinander. Teilt gerne eure LinkedIn-Profile und vernetzt euch und stellt auch bitte sehr gerne eure Fragen im Fragenbereich. Diese Fragen beantworten wir auf jeden Fall alle. Entweder im Nachgang, da haben wir noch genug Zeit eingeplant oder wir beantworten sie euch danach gerne schriftlich. Ihr braucht doch überhaupt nicht groß mitzuschreiben. Ihr bekommt im Anschluss die Aufzeichen nochmal zugeschickt und auch die Slides. Dann kann es jetzt losgehen. Ich übergebe an Benedikt und Jörn, eure Hosts und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und Erfolg. Cool, danke dir. Freut mich auch. Heute Jörn und mit euch allen quasi eine Dreiviertelstunde Zeit zu haben. Einmal quasi über das Thema ERP Cloud oder ERP On-Prem quasi Vor- und Nachteile zu sprechen. Wir hören die Thematik immer wieder quasi bei Neukunden, Leute, die dieses Thema haben. Ich glaube, ein mega spannender Punkt. Ich bin Benedikt, Gründer von Xentwell. Genau, intensiv dabei. Und was ich da sagte, nutzt wirklich den Chat. Ich versuche auch quasi immer mit Auftrag zum Schauen, Fragen zum Kleinen dabei zu sagen. Jörn, wir kennen uns schon lange. Ich habe schon viele, viele Systeme gesehen. Das ist mega spannend, deine Insights zu wenden, zu sehen, die typischen Fragen, die typischen Themen, die aufkommen in solchen Gesprächen. Quasi einmal die Wahrheit, um dir zu bekommen und du gibst dir das Wort dann direkt. Ich bleibe im Hintergrund dabei und wenn du quasi durch bist mit deinem wichtigsten Content-Teil, dann schalte ich mich auch wieder dazu, dass wir nochmal ein paar Fragen stellen können und dann doch anfangen. Ja, cool, perfekt. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein. Das ist tatsächlich auch ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt, zum einen im Alltag, weil wir es natürlich oft hören einfach von den Kunden, gerade wenn die verunsichert vielleicht von einem vorhandenen System kommen und auf ein Cloud-System gehen möchten oder überlegen. Der Titel hier, der ist so ein kleines bisschen, der hat so zwei Twists drin, weil diese Unterzeile, das musst du wissen, den kann man einmal lesen mit das musst du wissen. Das ist auch das, was wir heute machen werden. Man könnte ihn auch lesen als, das musst du wissen, denn letzten Endes müsst ihr ja die Entscheidung treffen, ob ihr euer ERP oder irgendeine Software eben auf oder abseits der Cloud haben wollt. Ich sage es gleich vorweg, ich will da keinen Hild draus machen. Ich bin zwar schon ein bisschen älter, wie man auch ganz gut so an meiner Frisur erkennen kann, aber ich bin trotzdem ein absoluter Cloud-Verfechter. Ich habe auch die anderen Zeiten erlebt und habe ich da ein paar Beispiele auch aus der Praxis jetzt, die ich immer wieder einstreuen kann. Ganz kurz, was wir heute machen, ich hoffe, dass ihr meine Slides auch seht, ansonsten meldet euch irgendwie zurück. Ganz kurz will ich euch was sagen über unsere Agentur DigitalXL. Dann will ich ganz kurz den Unterschied vorstellen zwischen Cloud und On-Premise, also was bedeutet das eigentlich technisch oder vom Ablauf von der Struktur her. Und dann habe ich nochmal die Vorteile der Cloud-Nutzung und die Nachteile der Cloud-Nutzung, denn die gibt es natürlich auch. Und zum Schluss noch so einen ganz kleinen Exkurs, Cloud nur für Hipsters. Natürlich wird mit einem Augenzwinkern geschrieben. Natürlich ist die Cloud nicht nur für Hipster, aber das ist dieser Ruf, der ihr manchmal angedichtet wird. Ja, ganz kurz, was macht DigitalXL? Wir sind eine Ausgründung sozusagen. Viele von uns waren zuvor bei Accenture. Wir sind eine reine Accenture-Agentur, also wir beraten E-Commerce, aber auch eben andere Kunden, darein Accenture einzuführen. Machen das seit 2021. Haben zwei Standorte in Augsburg und in Karlsruhe. Sind über 20 Mitarbeiter inzwischen schon. Also das ist auch ein starker Wachstum gewesen in den letzten drei Jahren. Auch eine spannende Reise muss ich gestehen. Und wir haben es mal so überschlagen. Ich denke, wir haben alle zusammen so um die 70 Jahre Accenture-Erfahrung, was bei einem relativ jungen System wie Accenture natürlich schon ganz schön erhoben ist. Das ist so ein Teil des Teams. Bei unserem Sunshine-Office-Treffen war das letztes Jahr. Genau, wir beraten Kunden eigentlich von Beginn an. Und oft kommt dann am Anfang gleich die Frage, was ist denn das mit diesem Cloud-System? Wozu brauche ich denn sowas? Und dann kommt dieser Spruch, den höre ich ganz oft. The Cloud is just someone else's computer. Und tatsächlich, das stimmt im Grunde auch. Denn Cloud ist ein Begriff, der sich letzten Endes aus dieser Zeichnung, aus dieser Wolkenzeichnung ergeben hat, mit der man früher das Internet immer so blumig beschrieben und in Zeichnungen oder in Grafiken untergebracht hat. Aber tatsächlich ist es eigentlich genau das. Ein Cloud-Rechner ist einfach, oder ein Cloud-Dienst ist einfach zunächst mal ein Computer, der irgendwo steht. Und der Unterschied ist eben, er steht nicht bei euch zu Hause. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das aussehen würde, wenn er bei euch zu Hause steht. Also nehmen wir mal beispielhaft an, ihr gründet jetzt eine Firma. Ihr habt jetzt zum Beispiel einen Online-Shop aufgemacht, ihr habt eure Waren gesourcet, ihr habt euch mit den ganzen wichtigen Dingen, wie alles Rechtliche, mit dem Online-Shop, mit der Gestaltung, Produktfotos, ihr habt euch mit all dem beschäftigt. Und jetzt kommt die Frage, wie wickele ich das eigentlich alles ab? Ihr sitzt da irgendwie an eurem Computer und jetzt wollt ihr ein ERP installieren, oder nutzen oder was? Und dann sagt einer, ja, das ist ganz einfach, das installierst du dir einfach zu Hause auf einem Rechner. Das geht zunächst vielleicht gut, dann kommt der zweite Arbeitsplatz dazu, der dritte, der vierte. Und irgendwann merkt ihr, das funktioniert so nicht. Ihr braucht einen ordentlichen Server dazu. Der wird dann gekauft, der ist auch nicht ganz günstig. Dann kommt natürlich das Thema Backups. Habt ihr Backups? Müsst ihr auch? Kauft ihr euch noch hardware für Backups? Ja, und der USV, also unterbrechungsfreie Stromversorgung, falls mal was ist, die braucht ihr auf jeden Fall auch noch mit dazu. Und jetzt kommt ihr natürlich auch drauf, dass ihr sagt, ja, ab und an muss da jemand ran, der muss das Backupen, der muss sich kümmern. Ja, und das heißt im Endeffekt, irgendwann wird das ganze Setup immer größer und größer. Ihr habt dieses ganze, diese ganze Hardware und dieses ganze Setup bei euch, zu Hause im lokalen Netzwerk. Und damit ihr sicher seid, dass da nichts schief geht, macht ihr noch eine schöne Firewall davor, sichert das ganze ab und vorne dran hängt dann eure Internetleitung. Das kann dann irgendein Modem sein, DSL, was auch immer ein Kabelanschluss. So, das ist das On-Premise-Setup. Alles da, wo man es braucht. Einfach so warten, günstig. Das ist das, was man denkt. Jetzt schauen wir uns mal das andere Setup. Was passiert, wenn ich von Anfang an in die Cloud gehen möchte? Habe ich wieder meinen Rechner? Entschuldigung, ich wollte noch kurz was zum Begriff Cloud und SAAs sagen. SAAs, also Software as a Service, ist im Grunde nicht synonym zu Cloud, sondern SAAs bedeutet eine Art der Softwarebereitstellung. Also das heißt, mit Software as a Service miete ich mir meine Software, das heißt, ich benutze sie einfach, ohne mich darum kümmern zu müssen, zahle auf einer monatlichen Basis und nutze sie einfach wie eine Dienstleistung. Die Cloud selber ist sozusagen eher die technische Basis dafür, aber ich nutze es jetzt hier, oder wir nutzen das jetzt hier tatsächlich in diesem Vortrag mal synonym. Cloud und SAAs, für uns ist das hier jetzt das Gleiche. Man kann das ein bisschen vergleichen vielleicht mit einem Auto-Leasing und einem Autokauf. Ob ich mir mein Auto kaufe und nach Hause in die Garage stelle oder ob ich es lease, auf einer monatlichen Ebene bezahle und dann immer zurückgebe, wenn es kaputt ist. So, also, wie sieht es beim Cloud-Setup aus? Ich sitze nach wie vor an meinem Schreibtisch, habe da meinen Computer. Jetzt nehme ich absichtlich auch gleich noch ein Laptop mit dazu und ein Mobiltelefon, um ins Internet zu gehen, weil ich halt auch mal unterwegs bin. Meine Software, die ist jetzt irgendwo ganz abstrakt in einem Rechenzentrum, was meistens tatsächlich auch einigermaßen so aussieht. Das Rechenzentrum an sich ist geschützt und hat auch ein Interesse daran, geschützt zu sein. Und diese ominöse Cloud ist letztlich meine Internetverbindung. Da gehe ich über eine gesicherte Leitung drauf und greife auf meine Software zu. So ist das Setup, wenn ich das Ganze mit der Cloud mache. Ihr seht, der rechte Bereich hier unten, das ist der Bereich, für den ihr als Unternehmer verantwortlich seid. Der hat sich also deutlich verkleinert jetzt. Da ist nicht mehr viel dran. Der ist schick, schlank und auch einfach zu überblicken. Und alles andere habe ich jetzt im Grunde ausgelagert. Jetzt ist natürlich dieses Rechenzentrum hier, das wäre jetzt euer ERP, wer da gehostet, das ist natürlich nicht das Einzige. Es gibt noch irgendjemanden, der Shops anbietet. Es gibt noch tausend andere. Das sind alles einfach verschiedene Anbieter, die ihre Dienste zur Verfügung stellen. Und ich habe jetzt hier im nächsten Slide, habe ich jetzt die, habe ich jetzt mal ein bisschen anders angeordnet, aber im Grunde ist es genau das Gleiche. Und hier seht ihr jetzt auch, mit was für Online-Diensten ihr dann in eurem Berufsalltag ohnehin schon kommuniziert. Das ist zum einen habt ihr in vielen Fällen einen Online-Shop. Der ist irgendwo als Dienst gehostet, im Normalfall, bei Shopify auf jeden Fall. Da habt ihr eine Anbindung an euren Carrier, wenn ihr selber den Versand übernehmt. Das heißt, irgendwo hinwendet ihr euch, um eure Paketmarken zu bekommen, zum Beispiel eure Tourenlänge zu bekommen. Vielleicht nutzt ihr auch den Fulfiller, macht den Versand gar nicht selber. Dann bindet ihr direkt an den Fulfiller an. Auch das passiert natürlich elektronisch. Und auch der hat irgendwo seine Daten im Cloud-Server liegen. DATEV betreibt ein eigenes Rechenzentrum. Die ganzen Marktplatz-Anbindungen, die wir hier stehen haben, zum Beispiel, betreiben eigene Rechenzentren. Oder auch, wenn ihr EDI machen wollt, auch dann benutzt ihr einen solchen Dienst. Und auch die stellen letztlich ihre Dienste per Cloud-Setup zur Verfügung. Um für euch remote und auch für euch auf dieselbe Art und Weise als Software-as-a-Service zu bieten. Im Grunde bewegen wir uns also ohnehin schon genau in so einem Setup, wie es jetzt hier gerade aufgemalt ist. Und dann ist für mich der naheliegende Schritt, zu sagen, ja, dann nehme ich mein ERP natürlich auch in die Cloud. Dann habe ich alles an einer Stelle und ich bleibe schlank mit meinen eigenen, also ich bleibe vielleicht persönlich nicht schlank, aber mit meinen eigenen Investitionen, mit meinem eigenen Aufwand, mit meiner eigenen Hardware, da bleibe ich schlank. Da muss ich mich nicht drum kümmern, das übernehme. Das ist jetzt also das Setup, wenn ich mich mit einem Cloud-System bewege in dem Umfeld, in dem die meisten von uns auch unterwegs sind. Ich habe jetzt eine Reihe von Folien vorbereitet gehabt, die bekommt ihr später zugeschickt. Da ist nochmal so ein Überblick auch drauf. Die habe ich jetzt hier nicht in der Präsentation drin, das wird ein bisschen zu lange dauern, aber fordert gerne die Folien an, dann bekommt ihr dann auch die einzelnen Punkte gegenübergestellt. Ich gehe mit euch jetzt mal Schritt für Schritt durch, wie für mich im Alltag die Cloud den Unterschied macht im Vergleich zu einer On-Premise-Lösung. Zunächst mal, und das finde ich ganz, ganz wichtig, wenn wir ein Cloud-System nutzen, dann läuft das normalerweise im Browser, nicht in irgendeiner nativen Windows-Anwendung oder Mac-Anwendung oder sonst wie, sondern es läuft normal bei dem Browser. Und das ist ganz wichtig, denn die Generation von Mitarbeitern, die jetzt schon aktiv ist und die jetzt auch kommt, das sind alle Digital Natives, die sind diese Tools gebaut. Die kennen sich aus damit, die nützen ihren Browser, die haben ihre Präferenzen, die haben ihre Einstellungen, die haben ihre Shortcuts und ihre kleinen Plugins. Das ist ihre Welt. Die kennen alles, was sie wissen müssen. So einen einfachen Shortcut wie Steuerung F, um irgendwas über die Seite zu suchen. Das sind alles Dinge, die sind so selbstverständlich für jeden, der das nativ benutzt. Und die lassen sich natürlich eins zu eins auch in einem ERP wie Central oder so in der Cloud nutzen, weil es letztlich einfach nur eine Browser-Anwendung ist, die da läuft. Und ich kann mich genau in meinem gewohnten Umfeld bewegen. Für mich noch viel wichtiger, ich bin geräteunabhängig. Es ist mir egal, was für ein Betriebssystem die Leute gerne haben wollen. Es ist mir egal, ob es ein Endgerät die haben wollen, ob der jetzt steht auf Chromebooks, einer will ein Macbook, einer will ein Windows-PC. Im Grunde kann mir das vollkommen egal sein. Das mache ich von anderen Kriterien abhängig. Denn, und das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, dass dann so die Alternativen, die ich bei den Betriebssystemen habe, das ist das Einzige, wo ich mich noch um die Updates kümmern muss jetzt hier. Und wenn ich sage, ich muss mich kümmern, dann meine ich das sogar wörtlich. Denn wir als Agentur nutzen natürlich auch Cloud-Dienste, auch unter anderem Central, aber auch andere Cloud-Dienste. Und wir haben hier eine ganz schlanke Hardware. Wir nutzen tatsächlich nur Macbooks. Die sind einfach zu warten. Die sind sicher. Die Updates sind sozusagen millionenfach durchgeführt, bevor die irgendwo hinkommen. Da muss ich mich nicht kümmern. Das läuft nebenher. Das können die Mitarbeiter im Grunde autark machen. Oder ich kann das für den Notstoß. Das heißt, ich gebe ganz viel Verantwortung an den Mitarbeiter ab, weil ich ihm seine gewohnte Umgebung gebe. Ich brauche nicht Schulen. Der kommt auch mit neuen Ideen oder mit neuen Tools oder Plugins vielleicht und bringt mehr Produktivität mit, einfach weil er es aus dem Alltag gewohnt ist. Das ist für mich einer der wichtigsten Punkte. Kommen wir zu den Kosten. Auch das ist ein wesentlicher Punkt, wenn ich mir überlege, ob ich in die Cloud gehe oder nicht. Wenn ich in der Cloud bin, habe ich monatliche Kosten für den laufenden Betrieb. Das ist das Argument, was ich ganz oft höre. Wir haben Abo-Modelle hier und Abo da. Und am Schluss ist alles so schrecklich teuer. Das ist, wenn man es mal über die gesamte Laufzeit betrachtet, natürlich Quark. Denn man muss ja auch die Seite sehen, die ich einspare. Und das ist eben genau der Punkt. Ich bezahle in dem Moment, wo ich die Software nutze. Und wenn ich dann die Software nicht mehr nutze, muss ich auch nicht mehr bezahlen. Das ist der Vorteil für mich. Ich muss nichts dann wegschmeißen oder irgendwie abändern, sondern ich kann einfach abbestellen. Ich kann Nutzer einfach zubuchen, wenn ich sie brauche. Und ich kann sie auch einfach wieder wegbuchen, wenn ich sie nicht mehr brauche. Also ich kann sehr zielgerichtet das in Anspruch nehmen, was ich auch wirklich brauche. Im Gegenzug dazu muss ich mir sonst eine Server-Infrastruktur herholen. Ich muss mir ein Netzwerk aufbauen. Ich brauche jemanden, der sich darum kümmert, dass das alles funktioniert. Ich muss Backups machen. Ich muss regelmäßig Updates selber einspielen. Dabei habe ich Downtimes. Ich bin vielleicht sogar als einer der wenigen Techniker in meinem Haus, wenn ich noch eine kleine Firma bin, auch noch selbst dran. und sitze dann am Wochenende da, installiere Backups oder kriege ich unter irgendwelche Rechner und tausche Festplatten aus. Wem das Spaß macht, bitte. Für mich ist das nichts. Das heißt, ich gebe gerne die Verantwortung in dem Moment ab und nehme gerne den Service in Kauf. Und der wesentliche Punkt, und da werdet ihr merken, da komme ich immer wieder drauf, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd geworden in letzter Zeit. Ich muss mich auch nicht darum kümmern, dass die Sicherheit immer gewährleistet ist. Denn wenn ich die Verantwortung für die Hardware habe und auch für die Software habe, dann bin ich derjenige, der sich regelmäßig um Updates kümmern muss. Das kann ich auch an einem Cloud-Anbieter auslagern. Der Vorteil der Cloud-Nutzung ist, ich muss all diese Dinge nicht kaufen. Ich habe also eine ganz geringe Investition zu Beginn. Im Grunde brauche ich nur meine lokale Hardware. Das ist überschaubar. Also ich kann nicht sagen, Pi mal Daumen, haben wir hier in der Agentur für das Netzwerk vielleicht, keine Ahnung, 800 Euro ausgegeben für einen richtig guten Router und richtig gute Access-Points für das WLAN und ansonsten kaufen wir halt Rechner, wenn wir sie brauchen. Und noch wichtiger, ich habe auch keinen Wertverlust, denn die Rechner, die ich habe, die nutze ich, solange ich sie nutzen kann als Endgeräte, die Server selber und die brauche ich mich nicht kümmern. Wenn die irgendwann schneller werden müssen, brauche ich die nicht updaten. Das ist nicht mein Tipp. Wie sieht es mit der Verfügbarkeit aus? Natürlich habe ich in der Cloud die Möglichkeit, weil ich ja letztlich nur eine Internetseite aufrufe, standortunabhängig auf meine Dienste zuzugreifen. Das heißt, ich kann das ohne Probleme, das hat man auch in Corona-Zeiten gemerkt, wo natürlich sehr viele Kunden dann unter anderem auch zu Central kamen und auch zu anderen Systemen in der Cloud kamen und gesagt haben, lass uns schnell auf die Cloud umstellen, denn dann habe ich das Problem ja gar nicht, dass ich VPN-Zugänge bereithalten muss und die Leute schulen muss, wie sie das benutzen und so weiter und so weiter. Da auch alles zusätzliche Kosten. Das habe ich alles nicht bei der Cloud. Ich kann sofort ins Homeoffice, ich kann sofort von unterwegs aus arbeiten und da kommen wir später auch nochmal drauf, was das für Firmen auch ganz praktisch bedeutet. Wenn ich nämlich flexibel sein will, haben wir hier ein kleines Beispiel, jetzt als nächstes Kunde von uns, Sallys Welt, dann kann ich relativ schnell auch neue Standorte anbieten. Schauen wir uns mal das Setup bei Sally an. Sally sitzt im, sagen wir mal grob, Schwarzwald von Mannheim bis Freiburg runter, da gibt es drei große Standorte. Ein Headquarter ist im Wackhäusel, das ist hier in der Mitte im Grunde. Da sitzt der Einkaufs-Controlling, die Geschäftsleitung sitzt da. Dann gibt es ein Logistik-Center in Sulz am Neckar. Das ist schon, wenn man mit dem Auto hinfährt, eine gute Stunde weg, ein bisschen mehr sogar. Da gibt es die Operations, also da passiert der Lager, da ist das Lager und da passiert der Versand. Dann gibt es noch ein Store in Mannheim, das ist der Blackstore. Das ist so ein ganz übliches Setup eigentlich für eine Firma, die schon ein bisschen größer geworden ist mit der Zeit und eben nicht mehr sofort in der eigenen Umgebung vielleicht auch die entsprechenden größeren Lagerflächen gefunden hat. Was jetzt aber dazu kommt ist, dass ich auch im Fall von Sally zum Beispiel Tempo mehr Outlets losen möchte. Ich habe Shop-in-Shop-Setups oder ich bin mal in einem Einkaufszentrum für einen Monat oder für drei Monate. Ich gehe mal auf eine Messe. Das sind alles so Dinge, da muss ich auch drauf achten. Da brauche ich auch einen flexiblen Standort und ich habe auch noch weitere Beteiligte, die mit im System arbeiten wollen. Jetzt hier ein Beispiel ist es so, dass die Buchhaltung vorbereitet wird im Central bei Sally und die Steuerberatungskanzlei prüft und ändert im Zweifelsfall die Fortfrontierung auch nochmal im System, spricht das mit den Mitarbeitern durch und danach wird es an Daten übertragen. Das kann man auch anders machen, aber das kann man auch so machen. Ganz nebenbei ist es natürlich noch sehr praktisch, wenn ich jetzt einen Einkaufsmitarbeiter unterwegs habe, der gerade wo auch immer im Ausland ist beim Sourcing und da vielleicht Bestände prüfen will oder schon mal neue Artikeldaten einpflegen möchte ins System. Wie gesagt, wenn ich im Homeoffice arbeite, wenn ich Promotion habe, mal für einen Tag vor irgendeinem Einkaufsladen zum Beispiel oder auch ganz praktisch für uns als Agentur. Wir können natürlich genauso zugreifen. Wir brauchen auch nicht in die lokale Infrastruktur irgendwie einzugreifen oder dort unseren VPN-Tunnel irgendwie reinzubrechen. Das funktioniert alles einfach damit, dass uns der Kunde einen Zugang auf sein System gibt. Dann können wir da rein, können mitarbeiten, können korrigieren, können eingreifen, wenn das ist. Also hier sieht man ganz praktisch, dass einfach diese Flexibilität, die man hat, wenn man die Hardware nicht bei sich zu Hause hat, dass die ein sehr, sehr großer Punkt ist im täglichen Leben, sage ich mal so im Alltag. Die Skalierbarkeit ist ein weiterer Punkt. Wenn ich bei uns hier skalieren möchte, im Sinne von, ich brauche mehr User, ich brauche mehr Leistung, ich brauche mehr Speicherplatz, ich brauche was auch immer, dann muss ich hier bei mir eigentlich nur neue Endgeräte kaufen. Also jeder Mitarbeiter braucht natürlich ein Endgerät, auf das er zugreifen kann. Da kann ich auch über Mobile Device Management arbeiten und kann mir das sehr einfach machen, so haben wir es eingerichtet. Aber im Grunde brauche ich einfach nur einen neuen Rechner kaufen und alles andere kann ich dann flexibel in der Cloud machen. Die Cloud-Systeme skalieren im Grunde vollkommen selbstständig auf Anforderungen. Das ist hier natürlich nur plakativ. In Wirklichkeit wird da der Server-Schenk nicht aufgeblasen, sondern die Anbieter haben normalerweise virtualisierte Lösungen, in denen sie einfach mehr Ressourcen zubuchen können. Das geht on the fly oder mit einer kleinen Umstellung. Aber wichtig ist für mich, ich brauche das eben nicht machen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, denn die Alternative bei einem lokal gehosteten System würde bedeuten, ich muss den Serverschrank aufschrauben, ich muss einen neuen Server reintun, ich muss die Software umziehen, ich muss vielleicht Festplatten dazunehmen oder Speicher dazukaufen, ich muss hoffen, dass das alles funktioniert. Das ist alles meine Verantwortung, wenn ich diese Skalierung zu Hause vornehmen möchte und das habe ich gerne weg. Das ist nicht Teil meines Lebens, ich möchte mich auf meine Arbeit konzentrieren, auf mein Produkt konzentrieren, auf meine Firma konzentrieren und nicht in die Festplatten rausschrauben müssen. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema so ein bisschen und ihr werdet auch sehen, die Folie wird furchtbar voll, grafisch passt die nicht mehr leider, aber das ist der Schutz vor Cyber-Anfragen. Es ist so, als Inhaber oder Geschäftsführer oder einfach als Start-up seid ihr verantwortlich für eure Datensicherheit. Ihr seid diejenigen, die letztlich dafür gerade stehen müssen, wenn Kundendaten abhanden kommen, ihr müsst dafür gerade stehen, wenn jemand euch angreift und eure Festplatten verschlüsselt und euch erpresst. Das ist alles euer Thema und das ist nichts, wofür man gerne die Verantwortung übernehmen möchte. Ich jedenfalls möchte das soweit, wie es geht, abgeben. Ich bin ein bisschen Junkie, was das angeht, gebe ich zu, aber ich möchte es trotzdem soweit wie möglich abgeben und habe mir deswegen auch mein Setup bereitgelegt und da gehört die Cloud wieder zu. Witzigerweise ist der Datenschutz ganz oft ein Thema gegen Cloud-Anwendungen, aber da komme ich dann nachher. Jetzt geht es nicht um Datenschutz, sondern jetzt geht es zunächst um Angriffe und da wünsche ich mir einfach hohe Sicherheitsstandards. Ich wünsche mir eine Verschlüsselung der Kommunikationswege. Ich wünsche mir, dass ich nicht schuld bin, wenn irgendwas passiert ist, dass nicht dieser Single Point of Failure, dass nicht bei mir im Haus irgendwas schiefgelaufen ist. Keine Ahnung, jemand hat den Stecker rausgezogen, weil er einen Stoppsorger einstecken wollte und plötzlich sind alle Server down, der Shop ist weg und nichts funktioniert mehr im Lager. Das will ich nicht sein. Das soll nicht in meiner Verantwortung liegen. Das möchte ich gerne in einer anderen Richtung überlassen. Und das tue ich einfach, indem ich in die Cloud gehe, denn dort habe ich Riesenkonzerne, also in den meisten Fällen ja multinationale Konzerne, die entsprechende Ressourcen haben, die Sicherheitsteams haben, die Backups haben, die verschiedene Brandabschnitte haben in ihren Rechenzentren, wo sie die Daten retten und dann speichern drauf. All diese Dinge, das kann ich ja als Kleiner gar nicht leisten. Das übergebe ich lieber jemandem, der sich wirklich damit auskennt, dann brauche ich mich nicht. Wenn ich sowas im On-Premise-Setup selbst machen möchte, das muss man sich eben am Anfang gut überlegen. Meine Antwort kennt ihr, aber man muss es sich gut überlegen, denn ich bin abhängig vom Wissen, von der Beständigkeit auch, von der Verfügbarkeit des IT-Systemhauses, was ja irgendwie im Ort um die Ecke ist. Ich sage das so ein bisschen respektierlich, aber ich kenne diese IT-Systemhäuser, die haben so 10, 15 Mitarbeiter, die wechseln auch mal ganz schnell. Kann auch sein, die wechseln mal ihren Standort, weil sie woanders ein größeres Büro brauchen, dann sitzt sie eben nicht mehr um die Ecke. Kann auch sein, die wechseln ihr Portfolio und landen plötzlich bei einer anderen Software und unterstützen mich gar nicht mehr. Das ist eine Abhängigkeit und die begebe ich mich, wenn ich mir nicht mein eigenes IT-Team aufbaue, was das alles irgendwie selbst macht, sich permanent weiter schult, immer auf ein neues Stand bleibt. Das ist ein extrem großer Aufwand, wenn man das wirklich gut und ernsthaft betreiben möchte. Und das ist nichts, was ich einem weder einem Start-up noch einer großen Firma empfehlen möchte. Was noch dazu kommt ist, im Fall, und er ist hier oben so ein bisschen plakativ dargestellt, im Fall, dass jemand euch von außen angreift und eure Rechner verschlüsselt und ich sage dieses Beispiel deshalb, weil diese Angriffe für mich in letzter Zeit einfach immer näher kommen, diese Einschläge kommen immer näher, im Fall, dass sowas passiert, muss ich mich selber um die Forensik kümmern, ich muss selber mein Backup wiederherstellen, wenn ich eins habe, ich muss gucken, ob das Backup auch schon befallen ist, ich muss alles wieder hochfahren und dann muss ich mich auch noch mit meinen Kunden beschäftigen, weil die haben ja vielleicht auch Ausfälle oder kriegen ihre Artikel nicht schnell genug geschickt, also da bin ich echt fleißig mit Arbeiten beschäftigt und das möchte ich mir gerne nicht geben. Genau, wir sind in unserer Welt ohnehin schon mit Online-Tools die ganze Zeit vernetzt. Ihr erinnert euch an dieses Bild, was ich vorhin hatte, ich will das jetzt noch ein klein bisschen ergänzen, denn diese ganzen Cloud-Rechenzentren, die sind alle untereinander mit einer extrem schnellen Leitung verbunden, die sind alle redundant, viele von denen liegen sogar in demselben Gebäuden und die sind alle sehr schnell miteinander verbunden. Wenn bei mir zu Hause jetzt was passiert, mein Strom fällt aus, mein Internet fällt aus, weil die Telekom, was weiß ich, mal wieder Lust hatte irgendwo oder ein Baggerfahrer das Kabel draus gerissen hat und meine Infrastruktur verschwindet so ganz langsam, dann läuft das drumherum trotzdem weiter und der Shop nimmt trotzdem weiter Aufträge entgegen und der übermittelt die auch weiter an Xentral und Xentral übermittelt die vielleicht sogar automatisch weiter an meinen Fulfiller, wenn ich die Automatismen nutze, die ich da habe. Auch EDI bleibt weiter angeschlossen, meine Marktplätze bleiben weiter angeschlossen. Also all das ist nach wie vor verfügbar und ich kann das weiter nutzen und das ist für mich ein wesentlicher Punkt, das System läuft auch ohne meine Infrastruktur eine gewisse Zeit lang weiter und dann kann ich ja gucken, dass ich mich mit dem Handy einlogge, weil das ist der erste Schritt, den ich natürlich mache, da kriege ich vielleicht nicht gleich alle Mitarbeiter wieder auf einmal ans Arbeiten, aber zumindest langsam aber sicher kann ich die Leute wieder mit dazu holen. Und mit diesen Tools sind wir ohnehin die ganze Zeit vernetzt. Das Wichtigste für uns ist, wenn wir E-Commerce machen, wir wollen ja nach Hauptsache, dass der Online-Store weiterverkauft, dass dieses Tütchen weiter rausgeht an den Kunden, dass der Support weiter erreichbar ist, dass die Logistik weiter funktioniert, dass wir nicht diejenigen sind, die das irgendwie anhalten. Das ist eben genau der Punkt, das passiert, wenn ich in der Cloud arbeite, mein Außengehens kann weiter mit seinem Orderbook irgendwo rumstehen, mein Repricer läuft weiter, meine Sankt-System-Prüfung läuft weiter, mein Fulfillment-Anbieter arbeitet weiter. Das ist alles kein Thema mehr für mich an der Stelle. Und der Hintergrund dafür ist einfach, dass ich bei Cloud-Systemen ein sehr hohes Maß an Konnektivität habe und das ist auch die DNA und die Idee, mit der Cloud-Systeme eigentlich arbeiten, das unterscheidet sie von diesem On-Prem-Setup. Ich bin nicht der Single Point of Failure, ich bin nicht der, der verantwortlich ist, wenn irgendwas stecken bleibt, ich muss mich nur um meine Hausaufgaben kümmern und ich muss dann mit meinen Kunden reden, das ist für mich das Wichtigste und die Kunden sind auch für mich das Wichtigste. So sollte das auch sein. Bei On-Premise habe ich diese Vernetzung oft nicht, da habe ich eher so ein Datei-Upload, Export-Upload, manchmal kann ich pullen, aber das sind keine so guten Bandbreiten, das sind keine so guten Vernetzungen mit externen Tools, wie ich das bei einem Cloud-System habe, einfach weil ich die Leitung ja auch meistens bei mir zu Hause gar nicht habe. Muss ich ein bisschen Gas geben, ich bin schon so rüber, so wie es hier aussieht. Diesen Slide musste ich aber noch mit reinmachen, wo es geht raus, an den Schmittchen, der hatte das nochmal angefragt. Tatsächlich ist die Anpassbarkeit von ERP-Systemen oder überhaupt von Software immer vom Produkt abhängig. Das sind sehr oft geschlossene Systeme und ich kann eigentlich nur konfigurieren, ich kann nicht wirklich programmieren. Manchmal, so wie auch im Fall von Central, kann ich Anpassungen durch Partneragenturen vornehmen lassen, in den meisten Fällen arbeitet man aber eigentlich extern, das heißt, man hat in der Regel API-Endpunkte oder irgendwelche Tools verfügbar, mit denen man auf Daten zugreifen kann und Daten manipulieren kann und das gilt eben für Cloud-Systeme wesentlich mehr, als das für On-Premt-Systeme funktioniert. Das sind oft geschlossene Windows-Anwendungen zum Beispiel. Da kann ich natürlich, wenn ich will, auf die Datenbank schauen, lokal, aber da werde ich auch nicht drinnen rumarbeiten wollen, sonst mache ich noch was kaputt. Im Fall von Central habe ich natürlich eine API, ich habe zusätzlich noch Analyse-Tools oder die Möglichkeit, auf alle Daten zuzugreifen, ich habe zukünftig Central Connect. Also, die Cloud-Anbieter sind daran interessiert, die Daten nach außen geben zu können, an andere Dienste, um den Kunden zu ermöglichen, diese Dienste zu nutzen und ihr Toolset sich sozusagen aufzuhalten. Das ist deren Idee letztlich. Ich komme jetzt trotzdem noch kurz zu den Nachteilen. Das ist immer so das Erste, was ich höre, Cloud-System, da brauche ich aber eine stabile Internetverbindung und wenn das mal nicht funktioniert und man, keine Ahnung, die Telekom eben sagt, nee, heute ist nicht so gut, ja, oder wenn mein Nachbar irgendwie, keine Ahnung, die ganze Zeit zockt oder Film runterlädt, dann brauche ich eine stabile Internetverbindung. Das ist für mich ganz klar, ja, aber, denn, natürlich stimmt das, um in einem Cloud-System zu arbeiten, brauche ich eine Internetverbindung, aber die muss eigentlich nur ausreichen, um auf Webseiten zu surfen. Mehr muss die eigentlich nicht können. Das heißt, ich rede hier nicht über große Datenmengen. Das zweite, ja, aber, ist, wenn ich diese Internetverbindung nicht habe, wenn die nicht stabil ist in meinem Standort, dann kann ich auch mit einem lokal gehosteten System nicht arbeiten. Ein lokal gehosteter Shop ist nicht erreichbar. Aus einem Online-Shop kann ich keine Aufträge abrufen. Ich kann mich nicht an DHL oder DPD oder sonst wen wenden, um Paketmarken zu erstellen. Ich kann keine Aufträge an Fulfillment-Dienstleister schicken. Also, was ist das für ein Argument, dass ich sage, ich brauche eine Internetverbindung? Ja, klar, die brauche ich immer. Ich handele ja auch im Normalfall mit einem Online-Shop. Also, das ist für mich kein Thema. Bei On-Premise-Lösungen habe ich dasselbe Thema. Ich brauche auch externe Geräte oder externe Dienstleister oder Geräte, muss ich anbinden über VPN zum Beispiel. Die brauchen auch stabile Tunnel. Und ich muss sogar bei einem On-Prem im Up- und Downstream die Daten rein- und wieder rausspielen. Da brauche ich sogar mehr Bandbreite. Also, das heißt, eigentlich ist das kein Argument gegen die Cloud, sondern es ist ein klassisches Ja-Aber, was man mit ein bisschen Wissen und Erläuterung auch schnell auswirken kann. Das Zweite, das hatte ich ja vorhin schon angekündigt, das war das Thema Datenschutz. Da kommt dann immer gleich, die Daten liegen dann auf irgendwelchen Servern, ich habe da keine Kontrolle drüber und so weiter. Das stimmt natürlich theoretisch. Praktisch ist es so, alle Cloud-Anbieter, die wir nutzen, sitzen, in den allermeisten Fällen sitzen sie in Deutschland oder sie sitzen in der EU. Also, zum Beispiel von Central. Die Central Cloud ist eine ABS-Cloud, die sitzt in Frankfurt am Main. Das heißt, ihr seid innerhalb deutschen Hoheitsgebiets und dann gilt natürlich auch die DSGVO und damit habt ihr das Thema auch wieder abgegeben. Im Gegenteil, die Betreiber und deren Partner prüfen auch durch regelmäßige Audits sogar die Sicherheit und die Einhaltung der DSGVO. Das heißt, ihr habt eigentlich sogar einen zusätzlichen Schutz, denn ansonsten wäre das wieder in eurer Verantwortung, sich darum zu kümmern. Und, das ist ganz wichtig, die Daten werden durch Firmen geschützt, denen die Reputation wichtig ist. Was passiert denn, wenn AWS oder wenn Google oder wenn Apple oder wenn irgendeiner dieser Cloud-Anbieter plötzlich in die Schlagzeilen kommt, weil er unsicher geworden ist? Dann laufen ihm alle Kunden weg. Das ist das Geschäftsmodell. Das ist deren Basis, deren Reputation ist sozusagen ihr Kapital und sie werden immer daran arbeiten, dass sie das einhalten. Und deswegen gebe ich auch da lieber die Lösung ab, denn wenn ich On-Premise arbeite, bin ich derjenige, der die Unverrundbarkeit sozusagen sicherstellen muss, der die eigene Infrastruktur sicherstellen muss, der all diese Regelungen kennen und einhalten muss. Und ich sage euch, das ist kein Spaß. Ein Nachteil, den die Cloud-Nutzung noch witzig bringt und da bin ich auch bald zu Ende, ist tatsächlich das Anbinden von Hardware. In einem On-Premise-System kann ich einfach einen Drucker anbinden, einen Etikettendrucker oder was anbinden. Das kann ich bei einem Cloud-System nicht. Das ist ganz einfach. Wenn ihr euch vorstellt, ihr habt einen USB-Drucker, den steckt ihr einfach an den Rechner an, dann ist das ERP ja nicht auf dem Rechner, sondern das ERP sitzt irgendwo, nehmen wir Central als Beispiel in Frankfurt und ihr seid hier nur am Browser. Das heißt, das funktioniert nicht so ohne weiter. Natürlich könnt ihr PDFs drunter laden, die ausdrucken, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja möglichst automatisiert arbeiten und wir wollen möglichst, dass der Drucker autark einfach die Sachen ausdruckt, wenn sie anfängt. Und da gibt es bei Cloud-Systemen dann einfach Lösungen, die man benutzt. Das ist im Grunde ein kleines Stückchen Software, das nennt sich Spooler und mit diesem Spooler, da wird der Drucker dann angeschlossen, mit diesem Spooler wird regelmäßig geprüft, hast du irgendwas, was ich drucken kann und wenn ja, da wird das sofort ausgedruckt. Und ich habe da auch keine nennenswerte Verzögerung dadurch. Das funktioniert im Alltag und wir machen das bei allen Kunden und auch alle anderen ERP-Kunden, die von ERPs, die in der Cloud geholfen sind, haben dieses Problem sozusagen gelöst. Das hört man oft, das ist ein Problem, aber tatsächlich, da gibt es eine Lösung dafür und bei On-Premise-Diensten ist es umgekehrt der Fall. Bei On-Premise-Diensten habe ich zwar vielleicht die Hardware im lokalen Netz, aber dafür habe ich alles unter draußen und damit habe ich fast noch das größte Problem. Genau, das ist der letzte Slide zu den Nachteilen. Viele, die umstellen wollen, haben das Gefühl, Kontrolle abzugeben. Ich frage dann immer nach, was ist denn eigentlich die Kontrolle, die du bisher gehabt hast? Ist dein bisheriges System wirklich sicher gewesen? Weißt du das auch wirklich? Hast du das mal probiert? Hast du mal versucht, anzugreifen? Hast du mal ein Backup eingespielt? Ja, die meisten sagen, das machen wir, aber habt ihr das schon mal eingespielt? Habt ihr diesen Erstfall mal geübt tatsächlich? Ja, also was ist das für eine Art der Kontrolle, die man da abgibt? Die ist in den meisten Fällen tatsächlich auch nur gefühlt. Was ihr auch oft merkt, ist, dass natürlich die IT-Systemhäuser oft gegen Cloud- oder SAS-Dienste argumentieren, wobei auch da langsam ein Umdenken eintritt. Nicht nur deshalb, weil auch Microsoft zum Beispiel mit sämtlichen Office-Tools inzwischen in der Cloud ist, sondern weil einfach alle großen Softwareanbieter in die Cloud gegangen sind. Da fällt es den IT-Systemen sehr schwer. Aber damit bricht natürlich ihre Geschäftsbasis weg. Das verstehe ich, ändert es für mich aber nichts. Im Alltag möchte ich trotzdem die Vorteile der Cloud mitnehmen. Was wir auch noch oft haben, ist, dass man natürlich, wenn man jetzt gerade umsteigt von einem alten System, ja, sagen wir mal, so ein typischer Umstieg, den wir oft haben, das ist so von der AS 400 auf, also von so einer DOS-Oberfläche, wie ihr es vielleicht aus dem Möbelhaus kennt, auf ein Cloud-System wie Exempio, das ist natürlich ein Schulungsthema. Gerade bei älteren Nutzern muss man natürlich da ein bisschen vorsichtig sein. Das haben wir immer schon so gehabt. Ja, das ist so das Lieblingsargument. Aber das Problem habe ich natürlich auch, wenn ich eine neue On-Premise-Lösung einführe. Auch da habe ich eine Umgewöhnung. Auch da muss ich schulen. Macht also im Grunde keinen Unterschied, ob Cloud oder On-Prem. schulen muss ich trotzdem. Und es ist wichtig, dass man das macht und wichtig, dass man den Bedarf sozusagen dafür erkennt und das dann auch ernst nimmt, wenn die Leute dann ein Problem haben. Gerade, und das sage ich auch aus der Erfahrung, gerade in der Buchhaltung ist es oft so, dass da ist man verantwortlich für die Zahlen, ja, und das ist ganz wichtig. Und da ist man auch nicht so bereit, irgendwie gerne zu wechseln. Und da ist eine große Angst da, und das verstehe ich, diese Angst. Und der muss man einfach entgegentreten, muss schulen, muss klar machen, wie funktioniert das, was kommt da hinten raus, wie bedienst du das, ja, wie kannst du es kontrollieren, guckst dir nochmal in Ruhe an, bevor du es übermittelst an deinem Steuerberater, all solche Dinge. Da gibt es ja auch Lösungen dafür. Auch das haben andere schon geschafft. Das kann auch jeder, der jetzt auf ein anderes ERP umsteigt oder ein ERP einführt. Mein Fazit habt ihr rausgehört. Mein Fazit ist, ab in die Cloud. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Unsere Nummer ist komplett so aufgebaut. Und ich bin auch stolz drauf, weil es gut funktioniert, weil wir keine großen Ausfälle haben an Hardware oder sonst irgendwas, das haben wir in mir ums Fälle, auch lokal noch nicht, auch von Cloud-Diensten noch nicht. Insofern ist das für mich eigentlich ganz klar. Und vielleicht noch ein letzter Slide. Ist das wirklich nur was für E-Commerce-Startups, für diese Hipster? Ja, nein, überhaupt nicht. Ganz attraktiv für Hersteller, die ihre Systeme zu Hause haben, aber jetzt in den Direct-to-Konsumermarkt gehen. Ganz attraktiv für Firmen, die flexibler werden wollen. Ganz attraktiv für Hersteller, auch die direktvertriebene Nischen irgendwie haben, Ersatzteilhandel oder sowas online anbieten wollen. Ganz attraktiv für B2B-Händler, die sagen, Mensch, ich muss doch nicht immer alles per Fax entgegennehmen. Kann ich nicht auch einen Online-Shop für meine B2B-Kunden machen oder einen Order-Bock meinem Außendienst mitgeben? Dann sagen die, ja klar, aber dann nimmst du einfach ein ERP dafür und dann kannst du dein Order-Management auch gleich noch automatisieren. Wenn ich euch mal kurz das Slide zeigen darf, das sind ein paar Kunden von uns, da seht ihr oben links zum Beispiel Blanko oder auch Thomas Philips. Das sind beides große Konzerne mit einer sehr großen Infrastruktur. Also Blanko sagt einem vielleicht nichts, aber ich sage euch, wenn ihr bei euch in die Spüle guckt, in der Küche, die Spüle ist mit zündlicher Sicherheit und Blanko, so wie das eine oder andere auch. Thomas Philips hat über 200 Läden im DIY, also Baumärkte. Die nutzen für den elektronischen, für den E-Commerce-Bereich, für den Ersatzteilversand oder für so eine kleine B2C-Nische vielleicht, nutzen die, nutzen die in Cloud-ERP und fahren wunderbar damit. Und die haben auch meistens gar kein Problem, sich von so einer AS-400-Uberfläche zu verabschieden, weil es nämlich viel einfacher zu bedienen ist, wenn man das im Browser mit den gefunden hat. Das wäre es von mir, Bene. Wunderbar. Sehr, sehr, sehr gut und sehr wertvoll. Ich habe mir noch so ein bisschen, ganz gespannt zugehört, auch noch zwei, drei Notizen gemacht, was quasi aus Softwarehersteller oft immer auch noch quasi mit übersehen wird und vielleicht noch mal deinen Fundus ein bisschen zu erweitern. Es gibt einmal ein Thema, das viele Anbieter von anderen Cloud-Software quasi ja auch erfordern, dass wir das genauso machen. Es gibt Techniken mit leider irgendwie aus Zero, also wo ich mich irgendwie halt einfach von der Autifizierung solche Sachen machen kann. Die sagen schon mittlerweile, bitte hört auf, wir können nicht irgendwie hier On-Premise-Lösungen dran docken, weil dahinter gedockt sind meistens lange Audis, die wir haben, wo geprüft wird, wie macht der Sicherheit, die stellt wieder sicher, dass das immer alles quasi auf einem neuesten Stand und so weiter und so fort. Und da haben wir eigene Teams intensivst manchmal damit zeitlang beschäftigt, quasi bei manchen Anbietern, wenn wir diese Überprüfungen haben. Die kann man quasi nicht auf einem On-Premise-System machen, die müsste man auch von sich weiter machen. Also auch da ändert sich die Welt quasi ganz stark, dass man da immer mehr gezwungen wird durch die Dienste einfach quasi, egal ob es Amazon, Shopify, die machen alle Audits mittlerweile. Wie geht denn mit Daten um? Wie sieht die Infrastruktur aus und so weiter? Das möchte man auch nicht machen. Das habe ich ein Thema. Ja, und auch ganz praktisch, nur ganz praktisch, auch der Login über Google oder über einen Identity Provider, dass du halt dich einmal einlogst am Programm und dann sind alle Systeme da. Auch das spielt damit in die Richtung hin. Ich konnte immer ein bisschen kompliziert nach, von auf und frem, aber das ist keine Freude mehr heutzutage. Also das ist ein anderes Thema. Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben auch relativ hohe Kosten als Softwarehersteller für Versicherungen, für Legal Teams, für Audits und sowas. Und wir machen das jetzt nicht aus, weil wir die Versicherungen so gerne mögen oder aus Freude, sondern damit wir einen guten Schutz für uns als Firma, für unsere Kunden genau aufgebaut haben, damit wir quasi da auch wirklich eine Sicherung für uns alle haben, weil irgendwas kann immer passieren irgendwo. Und dafür sind die auch quasi da. Und das müsste man eigentlich auch alle selber aufbauen, wenn man das selber machen würde, weil du nachher auch danach weisen musst und den Schutz brauchst. Okay, damit deine Versicherung sagt, verstanden, da können wir mit reingehen. Da können wir natürlich irgendwie auch die Geschäftsführung entlasten und so weiter was sofort, weil da wurde einfach die Hausaufgaben gemacht. Da waren die richtigen Profis dabei, die haben das reingemacht gehabt. Kann man sich normalerweise auch nicht. Vergisst man oft immer. Da haben wir auch hohe Kosten, die wir quasi mittragen, die indirekt in den Satzgebühren, da wir da drinnen sind, mit reingetan, die man auch eigentlich selber machen müsste, mit dem man leider nicht so oft dann gesehen hat, durch früher sogar geneigt. Was man auch nicht vergessen darf, ist, es ist ja, wenn ich eine Cyberversicherung abschließe, ist ja nicht so, wie wenn ich einen Mova anmelde. Da sage ich nicht, wie alt bist du und wo wohnst du, sondern da musst du ja, da musst du Unterlagen vorlegen, da kriegst du ja die Krise. Also alleine schon Zertifizierung dann vorzuweisen, auch fachlich mit dem Gegenüber reden zu können, das als einzelne kleine Firma zu machen, also ich möchte es nicht machen. Ich möchte es an euch abgeben und da bin ich froh und dankbar, dass ihr euch darum kümmert und dann ist mir das egal. Ja, das stimmt. Und drittes Ding ist noch, was ich jetzt auch noch öfter mal schon hatte, war, ist die Frage wegen den Kosten oder wegen Preismodellen indirekt mit dem dabei? Was ist da das Richtige? Wir haben unser Modell zum Beispiel mit lange, lange analysiert und mit vielen Kunden gesprochen, also wirklich, ich liebe es mit Kunden zu sprechen, das weiß jeder, der mich kennt, mit vielen Menschen gesprochen und am Schluss haben wir festgestellt, die Rechenleistung ist nicht der User. Da ist ein bisschen egal, ob es jetzt irgendwie 10, 20, 50 User sind. Wichtig sind bei uns die Aufträge, die wir durchziehen durch System, weil da müssen wir berechnen, kann ich diesen Auftrag verschicken, ist er verfügbar. Also wir haben da so Auftragsanteln, sind die Auftragsanteln grüne? Das kostet die Rechenleistung quasi und dann auch jeder Auftrag, der quasi durchgemanagt wird, weil am Schluss irgendwie ein PDF archiviert wird und dann kommt es auch einen sicheren Backup und so weiter so was mit rein. Das sind die Kosten. Drum ist quasi auch das Preismodell anders, als wenn man es früher kannte, weil man quasi in diesem Usage quasi, möchten wir unterstützen, möchten das quasi wegnehmen. Dann hat man quasi bei uns pro Auftrag, weil wir einfach genau dort die Rechenleistung im Rechenzentrum, da tun wir wirklich das CO2 quasi leider verbrauchen, um dann nachher wirklich diesen Auftrag irgendwie sauber abgebildet, gespeichert, durchgerechnet und weggelegt zu haben. So ändern sich auch die Preismodelle quasi, wenn man diese Welt mit vergleicht, weil man quasi immer versucht, wie man kann, kann man da eigentlich quasi entgegen helfen. Ja, und das ist auch interessant, weil man natürlich, wenn man die ganzen Sachen on-prem tatsächlich hat, dann ist in dem Moment, wo das Auftragsvolumen gerade hoch ist und ich wirklich viel zu tun habe, dann fängt an, meine Kiste zu rauchen und ich sage, oh, jetzt muss ich aber mal kurz stoppen, man muss irgendwie einen neuen Speicher einbauen oder sowas. Ein Halbtraum. Für jeden, der einfach nur sein Geschäft machen will, Absolut. Perfekt, gut. Ganz genau. Dann, ich habe versucht, ein paar Fragen euch herauszulocken. Ich weiß, es ist ein kritisches Thema irgendwie und gibt auch quasi feste Meinungen in verschiedene Richtungen, was auch gut ist irgendwie, aber wenn ihr quasi wollt, nutzt, gerne eine Chance, auch gerne kritische Fragen zu stellen, die bringen einen meistens mal weiter im Leben, wenn man da quasi nochmal irgendwie wachgerüttelt wird oder selber vielleicht eine andere Position besser versteht. Und wenn es auch akut nichts geben sollte, ist eine ganze Zeit ergreifbar über die bekannten Kanäle. Ich denke, auch hier habt ihr die Kontaktdaten. Und wenn nicht über LinkedIn, gibt es auch mal einen schnellen Response. Das einfachste, um in der modernen Welt quasi mit jemandem Kontakt aufzunehmen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Danke fürs dabei sein und wir werden öfter solche Formate wieder machen, weil wir für bestimmte Themen Partner einladen, euch die Plattform geben, quasi das Wissen zum Teilen und ich freue mich, dass wir uns dann nicht bald wiedersehen mit dem anderen spannenden Thema. Gut. Dann. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.